Hallöchen ihr Lieben, ich bin kurz im Pause-Menü und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Aragami. Das ist gerade so krass, ey. Puh, ich werde wipen. Ich werde wipen, ich werde failen, ich weiß es ganz genau, ich muss hier weg. Ich muss hier irgendwie weg. Schnell, 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 schnell. Wow. Ja, war klar. Der Hauptmann da ist Arsch. Ist richtig Arsch. Ich muss hier Kugelchen hüben. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ich will hier einfach eigentlich nur mal weg. Huh. Wow. Damit er uns genau, wir genau mitkriegt, wo wir sind. Dieser Arsch. Wow. Okay, der spürt uns irgendwie. Das ist voll krass. Ich brauche, wir müssen zu den Lichtsachen. Da drüben weiß ich, ich habe eins gesehen. Da müssen wir eins kaputt hauen. So. Das erste Mal weg. Gut gemacht, Aragami. Jetzt musst du Hikarus Kugel zerstören. Ja. Toll. Das mache ich wie? Nimm ich im Kreis herumlaufen. Wo ist er denn jetzt? Hä? Alter, du Sau. Wieso? 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 Aragami? Mach schon. Du kannst nichts. Ich weiß, aber du musst es trotzdem schaffen. So, hinmachen. Du, aber wie soll ich das jetzt hinkriegen? Wie willst du hinter ihm, wenn er sich so schnell... Ja, das ist einfach mit mehr Feingefühl, ne? Saki, mehr Feingefühl. Du kannst das. Ja, ganz bestimmt. Irgendwie. Du schaffst das. Er hüpft nicht weg. Ich werde mal nicht. Du Kack, Wand. Geh ein. Ich zerbrösel dich, du Scheißwand. Kommt das schon wieder, der Saugradler? Alter. Weg da. Und weg damit. No! Wie muss ich es nehmen? So? Ja? Wichtig? Licht kommt durch den Spalt der Kugeln durch. Von dort wirst du nicht noch... Was? Du musst jetzt von oben angreifen. Na toll. Von oben. Ich kann das eh so gut. Komm mir jetzt überhaupt rauf. Komm ich jetzt rauf? Hallo? Ach, ich hasse dich. Überall dieses verdammte Scheißlicht, was niemand braucht. Ja, ja. Halt die Klappe, Alter. Geh mich nicht auf den Keks. Kommt der Kratler schon? Kommt der Kratler schon? Ja, natürlich. Also nochmal. Mach weg den Dreck. Geht ja. Komischer Kauz. Echt. So, und jetzt... Nein! Jetzt hätte es klappen müssen. Ich habe es wieder mal voll versaut. Mach! Okay, mit Leertaste geht's. Du gehst mir auf die Nerven, Alter. Ich sag's dir. Alter, stell mal deine Schnatter ab. Bitte. Das ist echt krass. Danke. Mach's hin! Mach's hin! Okay, warten. Warten, warten, warten. 30 Jahre warten und dann hinmachen. Okay. Ja, bei dem Spiel kommt man jetzt gerade etwas in Stress. Mach's hin! 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 Ja, das hätte er gesagt, was getan. Kommt er jetzt rauf? Ekelabitram. Hoch. Komm. Mach. Du bist halt so ein Affe. Keine Ahnung, mein Worte fass. Ja, Affe. Das trifft es genau richtig. Er ist ein Affe. Ah, da ist noch ein Licht. Okay. Schön. Mach. Da war doch noch ein Lichtelein. Lichtelein, Lichtelein. Ach, das ist überhaupt nicht fein. Lichte, Lichtelein. Kackscheißlicht. Elendiges Scheißlicht. La, 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 la. Kackscheißlicht. Und weghauen. Was? Was? Was macht die Alte da? Weg mit dir. Mach ihn weg. Ist er schon da? Er ist auf dem Weg, ne? Was tut diese Kamera? Was bitte tut die Kamera? Phoenix, die ist echt sowas von Phoenix. Alter, alter, alter. Weg. Lieber Mauer. Ich hasse Mauern. Ich hasse Mauern, die immer im Weg stehen. Kann man die nicht wegsprengen? Ich will was zum Sprengen haben. Ich brauche was zum Sprengen. Irgendwas. Mir wurscht was. Hüpf rüber. Sonst hau ich dich weg. Die Alte macht mich aggressiv. Die am liebsten würde ich es verhauen. Was soll das? Kannst du nicht wie ein normaler Mensch auf die andere Seite hüpfen? Ich bin kein Mensch mehr. Ja, hüpfen Gatsch. Ach, halt die Klappe. Echt die Alte. Ich will sie... Alter, wenn ich die erwische, die hau ich eine runter. Da. Ach, halt's Maul. Du Eidechse. Mach hin! Von oben. Wie soll das klappen, bitte, Gnädigste? Hm? Wie stellst du dir das vor? Kann er da jetzt auch rauf? Komm, bitte. Hüpf doch. Ach, das ist so scheiße. Das ist so kacke. Bewegliches Licht. Beweglicher Scheißgegner. Echt. Wow, ey. Alter, bitte. Kannst du hier nicht still sein? Bitte, sei einfach still, Alter. Mach das kaputt. Hey. Das geht schon mal gut. Da abhauen. Da hoch. Umbringern. Ah, Alarm ausgelöst. Ja, natürlich. Natürlich. Dann halt ohne Stress. Ganz gemütlich. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja 20 Parts Zeit. Mindestens. Wenn nicht sogar 23 Parts. 23 Parts. Ach, halt die Arsch. Was machst du denn, du Volltrottel? Ach, halt die Arsch. T pulsiert. Entja mit. Wimpa. Auf. Ach. Ach! Ach. Mach. Ach. 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 customers. Hä? Ist der schon hinter mir? Freilich! Dieses Arschloch! So geht das, ne? So kann ich ihn nicht von oben töten. Das Licht, ne? Mach! Oh Gott, das stürzt er wieder ab. Na, das Licht! Die Lampe! Boah, ich hab nur Glück, oder? Mach das hin, mach das hin! Hüpf weg! Das Licht, ne? Das Licht, ne? Die Lampe, ne? Das Licht! Das Licht, ne? 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 Da ist der jetzt hin, endlich! Ja, die Kugel ist im Arsch. Du hast immer noch Licht. Und was ist das nächste Licht? Das könnte langsam mal gespeichert werden. Licht. Du Kack. Ach, ich hasse Licht. Ja, bring mich um. Ist eh schon wurscht. Ich hasse Licht. Ich hasse das Licht. Nochmal von vorne. Ah, wie schön. Ach, halt die Kusche. Halt die Klappe, du blöde Kuh. Halt die Klappe, du blöde Kuh. Ich hätte müssen Kuros rufen. Der hätte mir weiterhelfen können. So, das gab es schon mal. So, ich muss hier lang. Lass mich da rüber. Und zwar pronto. Hermie, ich finde nie. So. So, rauf da. Boah, ey. Da drüben ist sie, ich sehe sie. Der Ansatz war schon mal richtig. Geh weg. Mann, ey, diese Flamme, ne? Ja. Markkulde jetzt, ne? Ja. Boah, ey. Das ist richtig, richtig scheiße. Wie geht denn das jetzt? Alter. Halt die Klappe. Bitte, halt einfach nur deine blöde Klappe. Wo sind die Arschlöcher? Ich bring die jetzt zuerst um. Komm her, du Drekkicker-Krübel. Kommt er schon? Freilich. Kommt er schon? Freilich. Fast. Fast. So. Boah, ey. Das Licht. Das ist Glühwöhmchen. Oh! Ja, ja. Schön gut. Boah, der geht mir am Nerv, der Gratler. Ist ja nicht zu fassen, sowas. Ja, das Glühwöhmchen. Ich hasse Glühwöhmchen. So, vielleicht kann ich ihn noch mal runterlocken. Tatsächlich. Ich glaub sogar, weg! Du bist so scheiße. Immer die Kamera. Die verreißt immer so schier. Und jetzt... Na, heb's versaut! Boah! Boah! Pfff! Na, der ist noch drüben, ne? Und dann wird er wohl endgültig hin sein, dieser komische Kauz. Da werden wir wohl... Das werde ich jetzt wohl hinbekommen, oder? Nö. Nö. Diese scheiß Glühwöhmchen. Pfff! Wir Gas! Pfff! Wow, Alter, mein Herz, ey. Boah, ich bin jetzt voll angespannt, ne? Na, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Hüpf weg, mach irgendwas. Er ist zu langsam. Jetzt ruft er die Wachen. Er ist viel zu langsam. Er kann nicht hüpfen, er kann gar nichts. Das ist halt so mit dem Kerl hier. Ja, das Licht, ich hasse Licht. Ich mach's nochmal. Wo muss ich denn dahin? Das gibt's ja nicht, diese scheiß Treppe. Echt, putze Ficks. Echt, das ist so kacke. Man muss wieder von vorn anfangen mit dem Dreck. Mach's, du hüpfst du mal. Musst du mal arbeiten, Freund. Boah, ey, 20.000 mal failen, ey. Mach's endlich! Falsche Richtung. Ja, ist eh schon wurscht. Ich ist eh egal. Kannst du ja hoch? Nö. Warum auch? Natürlich. Ja, Licht. Ich hasse Licht. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum stürzt der Kerl jetzt ab? Warum stürzt du jetzt ab, du blödes Arsch-Ding? Echt, ist ja wahr. Boah, ich, ich werd grad nalsch. Echt, ich werd richtig, richtig nalsch. Das gibt's doch nicht, dass er das nicht kann. Boah, du scheiß Licht, hau ab. Hackelicht und endiges. Jetzt der Mach! Wo ist er jetzt? Wo sind wir jetzt? Wieso sind wir immer da? Da will ich ja nicht hin. Ach, halt die Klappe, echt. Alte, Alte, halt einfach dein Rad. Bitte. Erweise der Menschheit einen Dienst und sei einfach nur still. Da oben, ich muss von außen rauf. Den einen Gratler muss ich umbringen. Irgendwie. Warum sind die jetzt zwei? Und warum ist die ein Glühwimmchen? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Ich kriege ein Krampf, ich kriege ein Krampf. Ich kriege ein Krampf. Ich kriege ein Krampf, ich schwere. Ich kriege ein Krampf. Boah, der Gegner ist so scheiße. Komm her, du schiches Arschgrind, du drückiges. Und weg mit dir. Und weg mit dir. So, weg hier. Das ging wenigstens besser, aber nicht gut. Und die Sau muss weg. Stirb. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Mach ihn schnell weg. Wer ist hier? Kommt das Licht hierher? Wie weit ist er weg? Ja, mach ihn tot. Wow, er ist... Alter, der ist so schnell da. Es ist ein Wahnsinn. Wie schnell der da ist. Ach, du Scheiße, ey. Du kannst nichts tun. Das Ermorden dauert auch ewiglich. Er kann doch... Er muss doch nicht, wenn man diese... So viel Zeit brauchen tun. Ich stich ihn ab. Mach! Na, unglaublich. Stirb. Weg mit ihm. Schnell! Rauf da. Rauf! Ich bin so anstrengend. So anstrengend. Hüpf! Bitte, jetzt hüpft er nicht drauf. Er ist zum Scheißen zu blöd. Er ist zum Scheißen zu blöd. Er ist zu weit unterhalb gestanden. Boah, ich glaube, ich kriege jetzt gerade... Ich kriege so einen Schirken. Ich kriege so einen Schirken. Das ist so ein Scheiß. Echt. Steht da zu weit unterhalb. Dieser blöde Gratler. I happen to go... Der blöde Gratler. Der blöde Gratler. Jetzt ist das... F changer. Und nur um ins Scheißen zu blöd. Ich muss noch nicht drücken. Willst du bitte? So. Alter. Wo ist das denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da hinten kommt. Ich hätte genügend Zeit gehabt, den umzubringen. Na, das Licht kommt. Mein Gott, du bist so scheiße, Aragami. Da kann ich nicht immer... ...da abstürzen. Wow, ey. Meine Nerven. Jetzt komm, lass dich umbringen. Noch ein Stück. Jetzt kommt das nächste Licht. Jetzt sind sie wieder zu zweit. Jetzt sind sie wieder zu zweit. Bitte, geh weg, du Scheißwache. Bitte. Das Licht von unten kommt ja gleich wieder, weil es so herumkreist wie so ein... ...keine Ahnung was. Ich hoffe, das klappt. Da kommt schon wieder das Glühmchen. Ich muss weg. Hüpfst du? Verkackt der Dreck in Endiga. Das ist gut, Katnett, oder? Geht leider mal mit der Kuh rein Jetzt aber Jetzt macht er einen Falschen Wir beenden den Part hier Ihr Lieben, es ist grausig Ich hasse dieses Level Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem, weil das Video schaut Und wir failen im nächsten Part weiter Tschüssi